Okay, der ist tot. Au. Ja, Magie bringt halt nichts gegen ihn. Das ist etwas kervig am Hals, Zauber. Man sieht nicht, wen oder was gerade um einen herum passiert. A Blazing Wound, davon haben wir eigentlich schon eine. Kann trotzdem mitkommen. Das war der eine Schlüssel. Ich weiß, hier liegt noch einer rum. Ja. Brimstone Eggs. Ist etwas schwerer, als dass einer sie mitnehmen könnte. Ja. Pläte Boots. Und ein Scroll. Ring of Brutal Conquest. Ring of Trailblazers. Only Level 2, Fire for Possess, Aggressive und Dings. Ja, toll. Scroll of Berserk. Ist ein Fire Spell. Ein was? Flame Weaver. Wage Condition für die Party. Ähm. Ach ja. Gem. Wieder ein roter Gem. Ein Ring, der mir nichts bringt, den ich aber trotzdem mitnehmen werde. Was habe ich jetzt so schweres bei mir? Ach so. Was habe ich dann gerade weggeworfen nach so meinem Notizzettel-Ding? Ja, von mir aus. Okay, was sagt der Zettel? Wie beim Licht soll ich in der Lage sein, diese wilden Inkarnationen zu besiegen? Sie bewegen sich zu schnell. Ihre Feuer verbrennen mich, ohne dass ich sie berühre. Meine blutige Axt schafft es nicht mal, sie zu berühren. Gut, dass ich daran denke. Gott denkt daran. Oder gut daran zu denken. Einen feurigen Geist mit einer feurigen Axt zu töten. Äh, nein. Das passiert nicht. Es muss hier ein Geek geben. Wenn ich nur diesen Kegel aus Eisfeuer hätte, oder wie immer auch er genannt wird. Er könnte hier in dieser höllischen Grube sein. Oder er könnte im gefrorenen Fjorden Palace sein. Hm, ich denke ich sitze hier eine Weile und versuche zu Atem zu kommen. Ich muss etwas zu essen finden. Jeder Schritt in dieser Hölle eines Ortes bringt mir einen neuen Grillgeruch in die Nase. Manche sehr lecker. Gut, das erklärt immer noch nicht, wie ich da durchkomme. Naja, außer natürlich, ich benutze beide Schlüssel. Dann öffnet sich halt das Tor. Das Problem, was ich dabei immer noch habe, ist, ich komme nicht in den verdammten letzten Raum rein. Um die letzte Power Source zu löschen. Okay. Also ja, da komme ich nicht rein. Ich merke gerade, es ist wieder so. Ach ne, er ist da. Tja, die einzige alternative Lösung, die es noch gibt. Also, es ist wieder so. ist zu hoffen dass er so viel wie möglich zerquetscht ok habe ich ein quicksave gemacht bevor ich da durch den teleporter gesprungen bin ich hoffe mal ja ja habe ich ok weil ich komme einfach nicht dahinter ich werde wahrscheinlich gucken müssen dass sich die gegner wirklich hier hinter besiege die ich gerade vorhin freigelassen hatte das war nämlich der einzige knopf hier der mir auf irgendeine art und weise weiterhelfen konnte weil der ganze rest hier ist leer ja 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 Hier ist Sackgasse. Ach du Schande. Ach du Schande. Ich bin tot. Ich bin tot. Oder so. Habe ich echt nichts? Das ist ein guter Heiltrank. Potion of Haste. Okay. Das ist eine Greater Healing Potion. Das ist okay. Das ist aber kein Greater Healing, äh Greater Mana Trunk. Das hier. Ja okay, das ist okay soweit. Mein Anchor Point ist gesetzt. Und Tote verbannen wird nicht klappen. Okay. 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 Das war der erste. Das war der falsche Spell. Okay. Da, wie ich mich verklickt. Verdammt, im Zauber. Scheiße. Loading. Okay. Das war dann so rum. Ja. Ich nehme einfach die Kugel. Nein, nehme ich nicht, weil dann setze ich einen neuen Anchor Point und das ist schlecht. Also so rum. Okay.